Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Story of Seasons, Doraemon. Ich war gerade auf einen Spaziergang durch die Stadt und naja, Mark scheint ja etwas gerne auf dem Boden herumzukriechen, wir gucken mal was er hat. Naja, als ob wir uns das schon denken könnten. Wenn das Buch recht hat, müssten sie hier irgendwo sein. Komm schon Papa, gehen wir heim. Warte mal, sucht er nach Erntewichteln? Wow, ah! Ah, du bist es, Nupita. Du hast mir einen Schrecken eingejagt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Schon gut. Ich war einfach nur voll auf die Sohre konzentriert. Sucht Gemma auch mit? Ich wollte meinem Vater helfen, aber bisher läuft es nicht so gut. Aber sie müssen hier irgendwo sein, ganz bestimmt. Erntewichtel verstecken sich am Faden, wo es kühl ist und Gras wächst. Und kürzlich habe ich in einem Buch ein Bild von diesem Ort gefunden. Äh, war das nicht das Buch von Rambi? Das Bilderbuch? Du wirst mit einem Bilderbuch für Kinder Erntewichtel aufspüren? Bilderbücher basieren oft auf historischen Fakten. Man muss jeden Hinweis nachgehen. Aber Mama ist ganz allein im Laden. Können wir nicht heimgehen? Gemma... Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss einen Erntewichtel finden. Aber warum denn? Gemma, geh ohne mich heim. Ah, was ist denn mit dir los, Papa? Gemma... Mark, vielleicht solltest du auch heimgehen. Nein, ich muss weitersuchen. Nur noch ein bisschen. Soll ich dir helfen? Danke für das Angebot, aber ich muss das alleine erledigen. Aber wenn du sie nicht weit findest, ist das blöd für deine Familie. Das weiß ich schon. Gerade deswegen muss ich ja weitersuchen, bis ich sie finde. Ah, wenn du meinst... Oh je. Das sieht nicht gut aus, von Marks Familie. Hier irgendwo sollen sie sein, angeblich. Ich weiß ja nicht. Oh, nehmen wir den mal mit. Ich war übrigens fleißig am Erd zu sammeln. Ich weiß gar nicht, ob heute der Schmied offen hat. Ihr seht, ich habe auch sehr viel Offscreen gespielt. Ich habe nichts Spannendes gemacht, keine Sorge. Es war doch einfach Spannendes, das habe ich ohne mich gemacht. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich war beim Erntefest. Ja, da habe ich Essen in den Topf geworfen und es hat furchtbar geschmeckt. Es tut mir leid, ich war gerade so schön am Zocken und dann wollte ich extra die Aufnahme starten. Und ich bin ein schlechter Mensch, aber ich bin damit auch mal ein Mensch und ich habe das ohne mich gemacht. Das tut mir leid. So, als nächstes, als großes Event gibt es das Mondfest. Das werde ich mit euch machen, keine Sorge. Ich werde dann die Aufnahme rechtzeitig wieder beginnen mit euch, falls wir hier noch wieder ein paar Offscreen-Tage machen werden. Also ich alleine. Das Problem ist, um weiterzukommen, muss ich mich mit den, was habe ich denn hier noch, Spinat und Törtchen. Na, wenn das mal nicht schief geht, weiß ich auch nicht. Ich muss mich mit den Leuten hier anfreunden. Das ist ganz schwierig. Ich habe mal geguckt, man braucht immer exponentiell mehr Freundschaftspunkte, damit sie die nächste Herzstufe erreichen. Das ist echt hart. Bis jetzt habe ich es erst mal Gemma, den Bären und guck mal, beim Affenkind habe ich sogar schon vier, fünf Herzen. Sonst nur bei Shizuka und Gemma, bei den Menschen. Echt schwierig. Ich habe schon so geguckt, was die einzelnen Leute mögen. Einige Sachen sind sehr ärgerlich. Serena mag zum Beispiel Aloe, habe ich jetzt keine mehr. Restu mag Äpfel, da wird er einige davon kriegen. Ähm, mag, mag Ameisen. Womit ich Ameisen finde, gebe ich sie ihm. Es gibt es noch so, ähm, was macht so ein Blake-Mark-Gurken? Da hatte ich ein paar durch den Tausch geschenkt bekommen, die schenke ich ihm. Er mag aber auch Eisenerz, was ich aber selbst gerade zum Verbesserung von Sachen brauche. Smitty wiederum mag sehr gerne, ähm, Kupfererz, davon habe ich ja mehr ist genug. Penta mag ganz gerne, ähm, Hartholz. Rambi habe ich gerade vergessen, aber was sehr gut ist, zum Beispiel, ähm, auch was einfaches, Harmon, der mag Futter, Tierfutter, das ist auch sehr einfach. Ähm, was weiß ich nicht, Shizuka, Shizuka mag, ähm, 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 gebackene Süßkartoffeln. Und es ist Herbstzeit, es ist Süßkartoffelzeit, das heißt, ich habe ein paar süße Kartoffeln geerntet und habe sie in den Ofen geschmissen. Und habe dadurch auch schon meinen Ofen aufgelevelt. Guck, er hat jetzt sogar statt einem halben zwei Sterne. Ich weiß nicht genau, wie sich das auswirkt, vermutlich wird dann die Essensqualität dadurch besser. Schauen wir mal, hat denn der Schmieter da offen? Natürlich nicht. Macht er denn später nochmal auf. Wir haben Mittwoch, ähm, wer hat gerade zugemacht, bis 14 Uhr, wenn wir da nochmal offen haben. Na gut, dann warten wir mal bis 14 Uhr. Und schauen, ob ich auch vielleicht jeder da was upgraden kann. Stimmt's doch, Emon? Hey, Kumpel, der Herbst ist endlich da. Ja. Ja. Furchtischkinder, eine seltsame Figur wurde beim großen Baum gesehen. Tö, meis. Du, seltsame Figur? Meinst du, meine, die Göttin? Und meist es nicht. Hallo. Freut mich, dich hier zu sehen. Brauchst du eine Spezialfertigung? Guck mal, ob wir irgendwas aufbessern können. Goldgießkanne geht leider immer noch nicht. Da brauchen wir auch ein paar Rubine. Ich hatte mal ein paar gefunden. Ich war tatsächlich mal durch Glück so weit in der Mine gekommen. Aber seitdem nie wieder. Und ich war, glaub mir, ich war sehr viel in der Mine auf Screen. Ich hab, glaub ich, über 100 Eisenerz inzwischen zusammengesammelt. Das war eine Mordsarbeit. Aber ich hab's nie wieder bis zu den Steinen geschafft. Da muss ich echt mal gucken, dass ich da mal Gas gebe. Ähm, vielleicht find ich eine Silberspitzacke ganz gut für tiefere Level. Vielleicht verbraucht's dann auch, ähm, weniger Energie. Ich blicke, was sinnvoll wäre jetzt für mich zum Upgraden. Eine Hammer brauche ich eigentlich auch nicht. Eigentlich brauche ich momentan nichts wirklich ernsthaft geupgradet. Vielleicht kann ich ja sogar, äh, ein Gerät kaufen. Ne, okay. Ah, ich hab auf jeden Fall schon über 100 Eisenerz gesammelt. Wow, anscheinend schon 75 Silber. Wow. Eine Maschine zum Malen. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber, mhm. Gut, das sollten wir uns auf jeden Fall fürs nächste Mal vormerken. Ähm. Ähm, nenn da doch schon was. Warte, stopp, stopp, stopp. Ich möchte Werkzeuge verbessern. Dann verbessere ich mal nochmal meine Spitzhacke auf Silber. Oh, 113 Eisenerz. Wird alles gleich weg sein. Rip in Peace. Fertig. So. Ich hoffe, dass die Slash auch weniger, ähm, Energie verbraucht. Ich weiß nicht. Hoffnung, ich hab zuletzt. Schauen wir mal. Damit ich vielleicht noch besser, ähm, nach verschiedenen Ärzten suchen kann. Das wäre ganz gut. Darauf konzentriere ich mich jetzt generell auf Screen sehr intensiv. Ist Rambi zu Hause. Was geht? Rambi, Rambi, Rambi. Rambi ist nicht da. Hallo, Nobita. Hallo, Bull. Nein, sie ist nicht hier. Ich glaube, da hab ich auch bald blau. Also dunkelblau. Ich weiß aber nicht, wann das sein wird. Ähm, oh, die nehmen wir auch mal mit. Juppo. Tada. Ne, Krille haben wir gefangen. Hallo, Jenny. Um deinen Mann beneide ich mich wirklich, äh, beneide, äh, beneide ich dich wirklich nicht, Jenny. Da würde ich echt abbrechen, wenn da so versessen darauf wäre. Ante Wischel zu finden. So, ähm, genau, ich gucke mal ganz kurz um, wie es jetzt hier generell aussieht. Ach ja, ich wollte gucken, wo Rambi ist. Wo ist denn die Kleine? Sie ist, ah, am Strand. Dann gehe ich auch mal zum Strand und quatsche ein wenig mit ihr. Ähm, aber das anfreunden soll echt schwer sein. Also ich muss da wirklich gucken, wie ich halt die ganzen Punkte zusammenkriege. Rambi und irgendwie scheint, gibt es hier irgendwie noch eine Grüßen-Funktion oder so, weil Grüße bringt auch ein paar Freundschaftspunkte, aber nicht so viele, wie wenn wir direkt mit ihnen sprechen. Ich weiß noch mal, ähm, Story of Seasons, da könnte man mit so einer Taste an dem vorbeilaufen und quasi so schnell so, jo, hi, was geht, machen. Aber hier funktioniert das irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Rambi ist. Ich dachte, sie wäre hier, aber irgendwie, ah, die Koralle möchte ich auch noch mitnehmen. So, hätte ich ein wenig mehr Geld, würde ich mir auch schon ein bisschen mehr Möbel holen für mein Haus. Hier und da vielleicht noch ein Dekorgegenstand, aber ich bin da immer so ein bisschen, ach, da vorne ist sie. Ich bin da immer so ein bisschen geizig. Ah, Shizuka ist auch da. Habe ich ihr heute schon meine tägliche Süßkartoffel geschenkt? Ich kann das nicht annehmen. Okay, ich habe heute schon mit ihr gesprochen. Ich glaube, ich bin müde. Bis später. Mann, die sind dann alle so kurz angebunden, ne? Ich plappere hier immer in einem Weg durch und die alle immer so, hm, ja, hi, was geht? Mhm. Hallo, Rambi. Meinst du, du kannst Törtchen besorgen? Ich will so viele wie möglich. Danke, Nubita. Ja. Oh, sie sind mir ein bisschen wie Dunkelblau bei ihr. Perfekt. Hat wirklich noch einmal reden gefehlt. Da habe ich jetzt drei auf Dunkelblau. Also, ist echt hart, Leute. Hui. Na, ich habe jetzt auch ein paar Sachen immer dabei, die ich verschenke. So ähnlich wie bei My Time with Posha. Apfel für, ihr wisst schon, für den Koch. Für den Koch. Ich habe gerade vergessen, wie er hieß. Für Shizuka. Das Hartholz, das gebe ich immer Penta. Und die Gurke, die ist dann noch für Blake. Und das Futter für Hermes, wenn er mir auf den Weg läuft. Ja, hier und da mal so ein bisschen. Eigentlich würde ich mich primär mit der Erntekuttern anfreunden. Das brauchen wir auf jeden Fall auch für das Fortkommen. Vorankommen. Nur leider, die Sachen, die sie mag, die kann ich gerade nicht besorgen. Theoretisch könnte ich, also sie mag zum Beispiel sehr gerne Kompott. Habe ich gelesen. Könnte ich theoretisch auch machen, aber da brauche ich Honig dafür. Na, mal wieder total verkackt. Ganz toll. Wartet mal. Habe ich ihnen heute schon eine Gurke gegeben? Ich weiß es gerade gar nicht. So viel. Okay. Habe ich schon gegeben. Okay, habe ich alles schon erledigt heute. Goodie. Hi Sandy. Es gibt nichts besseres als Meeresangeln. Das Wetter heute ist perfekt, am Strand zu angeln. Und dann angeln wir vielleicht mal eine Runde. Warum auch nicht? So, her damit. Ich werde auf jeden Fall dann noch mal ganz kurz kochen, um euch das Kochmenü an sich zu zeigen. Habe ich jetzt schon einmal ohne euch gemacht. Und dann mache ich es mal zusammen, also gemeinsam mit euch. Schauen wir einfach mal. Ups. Mh. Wow. Ja, geht so. Ich trinke gerade das zuckerfreie, lilane Rockstar. Nachgeschmack ist eklig, aber so im ersten Moment schmeckt es gar nicht mal so schlecht. Was sage ich denn? Rockstar Monster. Monster Energy. Und ich bin eigentlich so Anti-Monster Energy. Ich finde das eklig, das Zeug. Aber das geht sogar tatsächlich. Das ist ganz okay. Kamer machen kann ich. Also könnte ich mich durchaus an den Geschmack gewöhnen. Oh, ich will vielleicht noch öfters mal. Gucken wir mal. So, da kommt, ist noch ein Fisch. Ich habe auch die Tage kaum geangelt. Muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich vielleicht öfters mal tun sollen. Habe ich ja auch theoretisch mal die Zeit dazu. Deshalb habe ich gar nicht geguckt, wie viel Geld ich bekommen habe. Ah, ganz gut. Ich bin zufrieden. Wie viel Platz habe ich da noch im Inventar? Gar nicht mal so viel. Jetzt hätte ich gesagt, ich probiere auch gleich mal die neue Spitzhacker aus. Ob die vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen. Boah, die Farben, ne? Wow. Wow, die Farben sind voll schön. Was ich sagen würde, dass ich vielleicht auch gleich mal... Oh mein Gott, ich bin gerade von den Farben hier geflasht. Das gefällt mir mir total gut. Sorry, ich bin gerade begeistert. Ja, dass ich die Spitzhacker vielleicht mal gleich ausprobiere. Wow. Ach so, jetzt bekommen wir erst das Geld. Ich dachte, es wäre 17 Uhr gewesen. Wow, da haben wir echt viel Geld bekommen. Okay, was habe ich da noch mal eingeworfen? Ich weiß das gar nicht mehr. Himmelswillen. Insofern kommt jetzt noch einiges dazu, wie eine Makrele, eine Baumnümpfe. Die Gurke behalte ich. Das wollte ich mir auch erst mal. Wow, eine Bastardmakrele. Rein damit. Die andere könnte ich vielleicht auch in der Woche Zeit upgraden. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Schauen wir mal. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Das kommt mal rein. Das Unkraut kommt rein. Und den Rest brauche ich auch für die Tiere, beziehungsweise zum Verschenken. Kekse, da habe ich auch ganz viele geholt. Kannst du übrigens auch Hund und Katze geben? Die Kekse habe ich rausgefunden. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt was bringt, auch eine bessere Bindung zu Hund und Katze zu haben. Gut, dann würde ich jetzt auf jeden Fall noch mal die, ähm, nicht die Sische, die, ihr wisst schon, die Spitzhacker ausprobieren wollen. Ob die vielleicht jetzt auch einen besseren Energieverbrauch hat oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie auch generell schneller Hau, Hau, Hau macht. Ich bin verrückt. Wir schauen mal. Wir taken mal a look. Guck mal, wie viel Energie er jetzt hat hat. Ich glaube, die kostet immer noch eins, ne? 32. Eins. Zwei. Und jetzt 30. Ja, immer noch einmal Energie, was schade ist. Und immerhin kann ich jetzt auch die dunkleren Stellen zerschlagen. Das heißt, ich komme theoretisch weiter runter. Ich denke mal, das hier kostet trotzdem nur noch zwei Energie. Also für eine Energiebalance ist es nicht besser. Na, warte mal, ich will hier gucken. Ja, nee, ist nicht besser. Was übrigens auch geht, ähm, das habe ich auch gelesen, es kommen die ganzen Guides, die sprießen ja jetzt hier wie verrückt aus den Internetecken. Ähm, man kann ja bei Rokondo sich auch einen Trank holen. Ich glaube, für 8000 sogar auch. Der meine maximale Ausdauer um 5 Punkte erhöht. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mir davon dann auch mal ein paar geballert habe. Oh, ich habe hier gerade relativ viel Glück. Halbwegs viel Glück. Ich weiß nicht, vielleicht liegt er einfach schneller und es kommt mir besser vor. Oh. Aber wenn er schon zum Umkippen ist, sollte ich gleich aufhören. Aber vielleicht finde ich noch ein, zwei gute Sachen. Silbererz. So, jetzt aber Schluss hier. Jetzt ist Schluss hier. Gehen wir mal wieder zurück. Ein bisschen was haben wir ja gefunden. Ja, 8 mal, 2 mal. Man sieht ja hier gerade mal 2 mal Eisenerz. Das ist echt übel, da auf einen hohen Wert zu kommen. Das ist unglaublich ätzend. Aber naja, was muss, was muss, ne? Oder ich stehe einfach dann irgendwann ganz viel Geld und kaufe mir die Ärzte direkt. Das wäre ja eventuell auch noch eine Option. Schauen wir mal. Gut, dann gehe ich jetzt aber erstmal zu Bett. Ähm, das kann ich verkaufen. Das lagere ich ein. So Fahnenfossil bringt auch super viel Geld, ne? 200 pro Stück. Da habe ich jetzt einfach mal eben 400 jetzt eingenommen. Ist auch sehr, ähm... Oh, Hundi. Was auch geht, guckt mal. Kyoto, komm ran. Na? Na? Ja. Man kann ihn ja ins Haus reinrufen. Das ist cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Das habe ich durch Zufall auch noch rausgefunden. Alter, ist das geil. Na, den Monster, den hole ich mir nochmal. Sorry. Ich mag Monster eigentlich nicht. Also, buh, Monster ist eklig. Aber der, der ist gut. Der Zuckerfreie, der Lilane. Ey, Katzi, Tati, Katzi, Tati. Warte, 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 warte. Ich muss den Schlag schnütteln. Na, Katzi, Tati? Hoshiyosh. Und, weil du es bist. Noch schnell noch ein Leckerli hinterher geworfen. Ja, 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 danke. Ja, da ist der Hund schon viel treuer. Der bleibt wenigstens bei mir. Oh, je, mi, 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 mi. Das kann ja noch was werden. Ähm, wo ist denn meine Gießkanne? Gießkanne? Den Stoff? Ach so, die habe ich, glaube ich. Ah, natürlich. Ich musste halt gestern nicht mal gießen, deswegen habe ich die rausgenommen. Nehme ich gleich noch die Melkmaschine und die Bürste mit raus. Wir haben jetzt auch einiges an Geld, ne? Ja, da würde ich sagen, wir können uns an absehbarer Zeit mal da um ein Schaf kümmern. Das wäre doch was. Hä? Hä? Ja, ich denke, in der nächsten Folge wird wohl ein Schaf dran sein. Dann können wir mal ein bisschen voran hier. Ich überlege gerade, was machte denn die Erntegöttin jetzt noch so? Oh, ich habe jetzt hier nichts ausgesät. Ah, da habe ich wohl vergessen. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt habe ich einen Tag verloren dadurch. Wartet mal. Da habe ich Saatgut noch da. Äh, so nicht so. Ne, muss ich kaufen gehen. Hoffentlich haben die heute offen. Natürlich noch ärgerlicher, wenn ich das jetzt hier verpasst habe. Na, wollte ich gestern noch machen und dann war ich dann so jetzt im Aufnahmefieber und habe es dann einfach verpasst. Na, passiert. Gut. Äh ja, was die Erntegöttin noch so mag. Sie mocht auf jeden Fall ganz gerne, ähm, P, 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 ähm, das Kompott. Sie mag auch sehr gerne Kohl. Und da war noch eine dritte Sache, die sie gerne mag. Die habe ich aber gerade vergessen. Kohl, Kompott und Boah Leute, ich habe es vergessen. Muss ich nochmal gucken. auch irgendwas war, wo ich jetzt nächstes Jahr nicht rankomme, schätze ich. Ja, muss ich mal gucken, wie das war. So. Und zack. Ah, hi. Hallo, Lubita. Hast du dich heute Morgen um deine Pflanzen gekümmert? Ja, wir sind gerade fertig geworden. Wo ist mein Futter da? Bitteschön. Oh, wow, danke, Lubita. Das ist toll. Und schon haben wir auch bei Harmon ein dunkelblaues Herz. Ah, hallo, Rambi. Meinst du, du kannst Tötchen besorgen? Ich will so viele wie möglich. Ja, magst du auch Futter vielleicht? Danke, das ist toll. Na, ich glaube, so begeistert war sie davon jetzt nicht. Guck mal mal. Ich habe jetzt erst mal aufgehört, die Hühner mit raus zu schleppen. Ich weiß gar nicht, ob das die überhaupt interessiert, wenn ich die mit rausnehme. Ob das irgendwie, ob da irgendwie, hallo, ihre Freundschaft schneller steigt. Ich kann es gerade nicht sagen. Es ist ja eigentlich ziemlich viel Arbeit und dazu, nicht nur die Arbeit, sondern auch das Risiko, dass ich sie halt eben draußen vergesse oder es auf einmal regnet oder durch eine Ohrmacht falle und sie über Nacht draußen bleiben. Es sind ja relativ viele Risikofaktoren, die man wieder rauszuschicken. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist. So, Leckerchen. Habe ich denn jetzt schon Leckerlischen gegeben? Boah, ich bin kein Zunehmender Spur, ne? Ich kann nicht, ähm, reden und gleichzeitig nachdenken. Das ist erst denken, dann sprechen. Aber ich will euch auch nicht die ganze Zeit anschweigen. So, jetzt habe ich mich auf jeden Fall um die beiden gekümmert. Bock, bock, bock. Boah, diese schönen Falter. Gerade jetzt, man hätte gedacht, dass im Frühling hier imposante Falter rumflattern, aber wow. Also der Herbst auch so farblich. Mua. Einsame Spitze. Hallo, Tömeis. Der Himmel ist blau. Nobias Farben in gutem Zustand. Notiert. Für heute bin ich fertig. Äh, was der mag, muss ich auch nochmal gucken. Mit dem ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, sich anzufreunden. Gerade für die ganzen Gadgets. Ne? Frames. Droppen gerade like a sort. So. Ähm. Hi. Ähm. Kurz melken. Ich bin froh, dass die generell, ähm, hier die Pflege zu schnell geht. Geknuddelt habe ich es schon, ne? Ja. Da fehlt noch ein Leckerli. Nein, Moment. Wird noch hinten reingeschoben. Zack. Bitte nicht bildlich vorstellen. Diese Grafik jetzt, die war, finde ich, ziemlich repräsentativ. Mehr muss man da nicht reininterpretieren. So. Dup, 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 dup. Dann würde ich jetzt langsam auch in die Stadt gehen, ein bisschen was verkaufen, verschenken. Nicht verkaufen, etwas einkaufen und verschenken. So rum. Ähm, also ihr könnt auch noch weg. Das brauche ich erstmal nicht. Das auch nicht. Und was warst du noch? Genau. Und die Bürste brauche ich erstmal auch nicht. Gut. Dann gucke ich gleich mal, ob wir jetzt vielleicht sogar ein Schäfchen uns holen können. Und mit jetzt meine ich in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, you may let's play the story of seasons. Doraemon. Bye. Bye.